Hallo Berlin, ich bin Mussi und schicke euch Grüße aus der Amazonas U-Wat im Namen von unserer Assoziation Krokodilu und Piranha und Vereins Maiteo. Wir möchten uns für die kontinuierliche Zusammenarbeit des Vereins Maiteo bedanken. Wir freuen uns bei der Zuführung des Projekts Capoeira4Kids seit über einem Jahr finanziell und studiert. Maiteo steht für das Motto die Erde mein Zuhause und dieses Motto ist auch essenziell für uns indigener Volker Götig. Wir leben im Einklang mit der Natur und besuchen unsere Umwelt für eine bessere Zukunft kommende Generationen. Bis bald!